Micromanagement und Spielspaß, das ist das Thema heute in unserer Gesprächsrunde im Vollbild-Podcast, in dieser Gesprächsrunden-Reihe auf Soundcloud mit mehreren Folgen, mit mehreren unterschiedlichen Gastgebern. Und erstmals habe ich selber, Writing Bull, die große Ehre, hier diesen Podcast als Gastgeber einleiten zu können. Und drei Gesprächsgäste sind noch dabei, unter anderem der Miterfinder dieser Gesprächsreihe, das ist der liebe Tom, tom.io. Hallo, küsse euch. Und neben Tom noch zwei andere, jemand, mit dem ich schon ziemlich oft gemeinsam Projekte gemacht habe, nämlich noch Egonson. Hi. Hallo Daniel, danke für die Einladung. Ich frage mich zwar immer noch, warum du mich immer wieder einlädst, aber vielen Dank dafür. Solange du dich nicht darüber beschwerst, Markus, ist glaube ich alles im grünen Bereich. Ja, sehe ich auch so. Und als vierter und letzter ist mit dabei Legendary Marvin. Du bringst unter anderem den mit Abstand längsten Nickname mit. Juhu, servus alle benannt. Darf ich dich mit Marvin ansprechen? Natürlich. Das ist sehr großzügig von dir. Damit sind wir auch fast schon beim Thema, nämlich Mikro-Management oder Micro-Management, wie ich mittlerweile belehrt worden bin. Ich sollte es doch bitte möglichst englisch aussprechen und Spielspaß, weil das ist ja das Verblüffende beim Micro-Management, je mehr Arbeit man hat, nicht nur beim Aussprechen von Namen, sondern auch im Spiel selber, desto mehr Spaß macht das. Ich habe mir im Vorfeld mal angeschaut, was für Spiele wir vier spielen. Wir sind alle vier Let's Player. Wir haben alle unsere YouTube-Kanäle und das sind überwiegend Strategiespiele und Wirtschaftssimulationen und auch der Bereich dazwischen. Denn ein Strategiespiel hat ja mittlerweile, wenn es ein bisschen komplexer ist, ja auch einen Wirtschaftspart und umgekehrt gilt das auch. Ich fange mal mit dir an, Tom. Das Spiel, das du im Augenblick intensiv vorstellst, das ist Tropico 5. Erzähl doch vielleicht mal, inwiefern dich da der Micro-Management-Aspekt reizt. Ja, muss man vielleicht so sehen. Tropico 5 ist ja, wie der Name sagt, der fünfte Teil einer Reihe. Und in dem Fall kann man auch von einer Entwicklung hin oder weg zum Micro-Management sprechen. Also, Tropico 5, großer Teil der Arbeit, die man da hat, ist, die Insel am Laufen zu halten. Und das am Laufen halten geht zu einem großen Teil von selbst. Und das Micro-Management ist bei Tropico eben im Verlauf der Zeit eher mehr zum Feintuning geworden, als wie zur Notwendigkeit, wie ich finde. Und zum Beispiel, früher war es nötig, gezielt Leute auf Arbeitsplätze zu setzen, die vielleicht mal umzubesetzen, ist nicht mehr ganz so nötig. Dafür muss man vielleicht gezielt Handelsverträge eingehen, um ein bisschen mehr Gewinn zu machen, eventuell Manager einstellen. Also, es ist ein schöner Mix, würde ich sagen, als Micro-Management und Makro-Management, wenn man es so nennen will. Hat allerdings im Laufe der Zeit ein bisschen an der Seite eben verloren, beziehungsweise an Notwendigkeit vom Micro-Management ein bisschen verloren. Erzähl doch mal, sollte man auch der Vollständigkeit halber machen, für die kleine Minderheit, die das Spiel eventuell nicht kennt, worum es da eigentlich geht. Du hast ja schon gesagt, man leitet die Geschicke einer Insel, beziehungsweise eines Diktators, den man selber spielt. Das ist ein Avatar. Genau, beziehungsweise einer Diktatorin in meinem Fall. Ich spiele eine Dame. Also, bitte das zu beachten, da geht natürlich beides. Ändert aber nichts dran am Spielverlauf. Genau, man, wie ich es immer nenne, steuert die Bananeninsel, also irgendeine Insel irgendwo in der Karibik vermeintlich, wird auch eventuell ab und zu bedroht von den Großmächten. Und bei Tropico 5 jetzt auch neu, dass man das Ganze über einen Zeitverlauf spielt, also von Kolonialzeit bis in die Neuzeit. Heißt, entsprechend ändern sich auch die unter Anführungszeichen gegnerischen Parteien bis eben hin zu den USA und der Sowjetunion, beziehungsweise der ehemaligen UdSSR, also Russland. Und entsprechend muss man eben die Einwohner auf der Insel glücklich halten. Das geschieht entweder durch Nettigkeiten sozusagen, indem man sie gut behandelt, oder man ist eben ein Unterdrücker und macht eben alle mundtot. Auch da ist eine Möglichkeit, an der Macht zu bleiben. Ist im Großen und Ganzen eine Wirtschaftssimulation, Aufbaustrategie ist auch dabei und ein kleiner, kleiner, sehr kleiner Echtzeitstrategie-Teil. Ein sehr kleiner. Marvin, du hast das Spiel ja auch vorgestellt bei dir auf dem Kanal. Hast dir das gründlich angeschaut mit Blick auf Micromanagement. Was ist da die besondere Note dieses Spiels? Ich hatte bei Tropico vor allem das Problem, dass ich lange Zeit viele Informationen nicht gefunden habe, was hauptsächlich meine Schuld war, muss man mal zusagen. Ich habe zum Beispiel lange nicht gefunden, wo ich genauere Überblicke über die Einnahmen und Ausgaben finde. Da habe ich irgendwie immer auf das falsche Wort geklickt und war dann deswegen von den Informationen her immer etwas unterinformiert sozusagen, was natürlich das Micromanagement ein bisschen komplizierter macht, weil ich habe das Spiel natürlich weit weniger gespielt als Tom. Das Micromanagement, glaube ich, hauptsächlich, wenn dann in der Wirtschaft vorhanden ist, in Tropico 5, was man eben exportiert und womit eben sein Geld macht, weil eigentlich der Export die große Einnahmequelle ist. Von den anderen Sachen kann man ja nicht wirklich leben in dem Spiel. Ich glaube, Egonson, wir beide hinken ein bisschen hinterher, weil also ich zumindest, ich habe den aktuellen Teil Tropico 5 nicht gespielt. Ich kenne nur Vorläufer. Kann das sein, dass es bei dir auch so ist? Ja, ich habe Tropico 4 auch gespielt und auch geletsplayt. Hatte dann Heidenspaß, weil es eben diese komödiantische Umgebung hat, mehr oder weniger, mit dem Diktator, der immer auf der Karibikinsel spielt. Und beim ersten Mal reinspielen ging es mir auch so, dass ich erst mal fasziniert davon war, dass eben jeder einzelne Bürger ein ganz breit aufgefächertes Set an Emotionen und Zufriedenheit und Bedürfnissen hat, die man dann eben auch jeden einzelnen Bürger einsperren könnte. Im Laufe meiner Kampagne habe ich da aber nie drauf zurückgreifen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass es dann eben so ist, dass es in den späteren Kampagnen, in den höheren Schwierigkeitsstufen, dann schon nötig ist, auch eben seine einzelnen Bürger dann einzusperren, zu denunzieren oder eben den Jobs zuzuweisen. Aber man kommt auch eben durch das Spiel durch, wenn man jetzt nicht die komplette strategische Breite, die ein Spiel einem bietet, da ausnutzt. Das habe ich persönlich bei den Vorgängern, ich weiß, ich glaube, ich habe das allererste Tropico gespielt und den dritten Teil, wenn ich mich richtig erinnere, das habe ich da ähnlich erlebt. Ich war vollkommen verliebt in die Vorstellung, einzelne Spielfiguren führen zu können. Die hatten einen Namen, die hatten einen Wohnort, einen Familienstand, die haben Gedanken. Und ich konnte dann jeweils in der Infoleiste sogar lesen, was die nicht nur über mich denken, sondern auch über ihre Umgebung, über ihre Bedürfnisse und so weiter. Das hatte schon ein Sims-Niveau. Ich war total verliebt am Anfang in die Idee, habe das aber in der Praxis fast nie genutzt. Wie ist das denn bei den beiden Tropico 5 Dauerzockern, bei Marvin und bei Tom? Ist das ein Feature, was euch die Entwickler angeboten haben und ihr habt das gar nicht aufgegriffen oder nutzt ihr das? Also das Feature gibt es ja immer noch, gab es immer, gibt es immer noch, dass eben, um vielleicht im Speziellen bei dem zu bleiben, man einzelne Leute, einzelne Jobs zuweisen kann oder sagen kann, bitte geh woanders arbeiten. Nach meiner Erfahrung in den früheren Teilen, ich würde sagen bis zum Teil 3 in etwa, war es so, dass man in höheren Schwierigkeitsgraden solche Dinge hat machen müssen, um das Spiel zu überstehen. Und jetzt seit dem Teil 4 ist es so, dass es eine Mischung ist aus man muss nicht mehr und man kann nicht mehr, weil speziell jetzt im fünften Teil reden wir doch gut von einer Insel mit schnell mal ein paar hundert Einwohnern oder tausend oder zweitausend Einwohnern, wo das gar nicht mehr machbar wäre und gar nicht mehr interessant oder spaßig wäre, um ein bisschen vorzugreifen, weil das Micromanagement ab einem gewissen Punkt anstrengend oder zum Notwendigen übel wird. Also da ist das ein bisschen der Größe sozusagen zum Opfer gefallen und gilt, wie ich finde, auch für viele andere Aspekte bei Tropico, wo es Micromanagement für mich mehr ein Feature ist, als wie ein Kernelement. Jetzt haben wir bei diesem Beispiel Tropico 5 schon eine ganze Reihe von den Aspekten angesprochen, um die es geht hier im Laufe des Podcasts, der Gesprächsrunde, die wir jetzt führen. Es geht zum Beispiel um den Spiel Spaß. Was macht beim Micromanagement Spaß? Wann macht es vielleicht keinen Spaß mehr? Es geht auch um Zeitdruck oder um den Druck in einer komplexen Welt, sich vielleicht dann doch nicht für das letzte Fitzelchen an Details interessieren zu wollen oder zu können. Es geht um das richtige Maß beim Micromanagement, den Aufwand, der da betrieben wird. Es geht auch um das Interface. Es gab gerade, wurde das von Marvin schon angesprochen, es gibt auch Interface-Sünden eventuell bei Spielen, wie bei Tropico, dass man gerade in der Startphase nicht immer gleich weiß, wo man welche Info finden kann. Und wir werden noch sprechen im Laufe dieser Geschäfte über den Daumen. Behaupte ich jetzt mal etwa eine Zeitstunde über die Steuerung, über Maustastatur. Wie macht man das am liebsten? Benutzt man Shortcuts oder klickt man sich einfach nur durch? Und dann vielleicht noch über ein paar exotische Sachen würde ich ganz gerne mit euch reden. Beispielsweise darüber, ob es überhaupt reicht, immer nur In-Game-Micromanagement zu betreiben oder ob es andere Leute gibt, die sich bei solchen Peinlichkeiten erwischen lassen, wie ich zum Beispiel es jetzt beichte, dass ich manchmal mit Papier und Bleistift noch neben dem Monitor sitze, um mehr an Details rumzufummeln. Und wir wollen reden natürlich auch über den Unterschied zwischen der Arbeit im Spiel und der Arbeit im Real Life. Womit wir wieder beim Beginn sind. Der Kreis hat sich geschlossen. Was macht Spaß? Arbeit macht mir nicht immer Spaß. Spielen macht mir Spaß, auch wenn das Spiel Arbeit macht. Hat einer von euch da eine vernünftige Erklärung für? Ich glaube, dass eines der entscheidendsten Elemente ob Micromanagement einem Spaß macht, so abgesehen davon, dass auch die Frage ist, wie sehr man sich mit einem Spiel auseinandersetzen will. Es gibt ja einen Typ Spieler, der will etwas für 15 Minuten starten. Das ist halt dann irgendwas Schnelles. Das sind vielleicht auch teilweise sehr oft die Social Games heutzutage. Die sind natürlich allgemein wahrscheinlich sehr selten dafür zu gewinnen. Aber allgemein finde ich, glaube ich, dass einer der wichtigsten Punkte ist, mache ich das Micromanagement, um einem Ziel, das ich habe, näher zu kommen? Oder muss ich das machen und es lenkt mich gerade von meinem Ziel ab? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, wo man wirklich sagt, ich habe ein Ziel und ich mache das jetzt, damit ich besser hinkomme, damit ich schneller hinkomme. Oder man sagt, ich mache jetzt gerade das, aber jetzt muss ich vielleicht, sagen wir mal, als Beispiel zurück zu meiner Heimatbasis und da schnell meinen Rohstoffabbau organisieren, obwohl ich eigentlich gerade mitten im Kampf vorne bin, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen aus der Echtzeitstrategie. Da ist vielleicht auch ein Punkt, wo man ein bisschen unterscheiden sollte, ist nämlich ein schönes Beispiel bei der Echtzeitstrategie, weil wir ja auch vorher gesprochen haben von die Frage, hat man überhaupt Zeit für Micromanagement? Weil bei Tropisch halte ich einfach Pause und fertig. Beim Echtzeitstrategiespiel, vielleicht wenn ich sogar gegeneinander spiele und mir fällt natürlich immer gleich Starcraft oder Ähnliches ein, da ist es einfach eine Notwendigkeit, gutes Micromanagement zu betreiben in kurzer Zeit, um besser zu sein wie jemand anderer, der eben vielleicht dieses Micromanagement nicht so gut anwendet. und da ist dann, hat es für mich weniger einen Spaßaspekt, als wie mehr ein, ja, ich möchte einfach besser sein wie jemand anderer und deswegen betreibe ich Micromanagement. Also da gibt es auch verschiedene Motive, glaube ich, neben Spaß. Manchen Leuten, glaube ich, macht auch Realismus Spaß, wenn es möglichst realistisch ist und da kann Micromanagement was beitragen, weil wenn man dann mehr Rädchen und Schräubchen drehen kann, macht es einfach auch vielleicht mehr Spaß. Und das ist, glaube ich, eins von meinen Motiven. Da ist er, ja, ich hätte es gerne ein bisschen realistischer, unter Anführungszeichen, und einfach mehr Möglichkeiten, was zu tun ist. Macht mir zum Beispiel Spaß. Ja, ich glaube, das macht ja ein gutes Spiel aus, dass man eben am Anfang erstmal die Grundprinzipien des Spiels erkennt, einfach erkennt, erlernt und schnell damit vertraut wird und dann nach und nach eben sieht, oh, mir steht noch ganz viele andere Möglichkeiten zur Verfügung, womit ich meine, ja, Performance verbessern kann, womit ich eben noch eine größere Stadt bauen kann bei SimCity oder eben noch mehr Leute auf meine Insel bekomme bei Tropico. Und wenn diese Spieltiefe nicht gegeben wäre, wird man, glaube ich, ganz schnell an einen Punkt kommen, an dem man, ja, die ideale Strategie raus hat. Und wenn man an dem Punkt ist, hat das Spiel jeglichen Reiz verloren, weil man einfach jedes Mal diese Strategie anwendet. Es gibt jetzt, ich gehe mal davon aus, dass bei den Social Games eben diese Spieltiefe nicht da ist, aber das auch jetzt gar nicht negativ bewertet, weil sie ja auch gar nicht über Tage hinweg unterhalten wollen. Genau, und das ist auch ein großer Unterschied eben zwischen den rundenbasierten Strategiespielen und den Echtzeitstrategiespielen, glaube ich. Auf den sind wir ja auch gar nicht eingegangen. Wir haben ja auch gar nicht mal Micromanagement definiert in dem Sinne. Hast du da was vorbereitet, lieber Host, Writing Bull? Nein, natürlich überhaupt nicht. Ich improvisiere mich ja wild durch, aber ich habe gerüchteweise im Vorgespräch vernommen, dass Legendary Marvin gleich mit einer Definition kommen könnte. Vielleicht, jetzt hat er Gelegenheit, drüber nachzudenken. Aber ich würde eine Sache gerne vorab noch aufgreifen, die Tom gerade angesprochen hat, die ich persönlich richtig wichtig finde, nämlich diese Frage, inwiefern die Wirklichkeit simuliert wird durch Micromanagement. Und je mehr die Wirklichkeit simuliert wird mit umso mehr Details, desto ernster kann man das Spiel nehmen und desto eher hat man das Gefühl, in eine richtige Wirklichkeit einzutauchen. Das ist ja eigentlich das Modell, der Grundgedanke eines Spiels, dass es nur ein Modell ist der Wirklichkeit. Das ist nicht die Wirklichkeit selber. Die lässt sich ja auch gar nicht simulieren in einer virtuellen Welt, weil die einfach zu komplex ist, zu detailliert. Und man kann nicht in Echtzeit jedes Atom der Spielwelt steuern und jede einzelne Interaktion, man kann keine Big Data Anwendung als Computerspiel haben. Aber das bedeutet ja hier, dass man in einem gewissen Maße ein Spiel umso schöner findet, je weniger es ein Spiel ist, je weniger es ein Modell ist, sondern desto mehr es tatsächlich einfach nur eine pure Simulation ist. Findet das irgendwann seine Grenzen? Ja, da möchte ich noch was dazu sagen beim Realismus, gerade als kleine Anregung, weil zum Beispiel ironischerweise finde ich es sehr unrealistisch, wenn man selber alles Mögliche einstellen kann. Weil im echten Leben unter Anführungszeichen, wenn man, keine Ahnung, einen Staat leitet wie bei Civilization, wird man sich kaum um alle diese Belange kümmern, um die man sich kümmert, sondern man hätte einen großen Teil delegiert. Also da möchte ich schon unterscheiden zwischen der Frage realistisch gesehen im Sinn von, ich liefere diesen Job ab oder würde diesen Job in echt machen, versus gibt es die Möglichkeit, an dem Spiel diese Manipulation vorzunehmen. Also das sind zwei verschiedene Sachen, glaube ich. Im wirklichen Leben gäbe es ja auch Arbeitsteilung oder gibt es Arbeitsteilung? Man hat Leute, an die man Aufgaben delegiert. Als Spieler hat man eine Freude, als Gottkönig oder Spielkönig wieder alle Fäden in der Hand zu haben und sich nicht ausgeliefert zu fühlen gegenüber dieser arbeitsteiligen Gesellschaft und gegenüber den vielen Leuten, die einem ständig im Alltag in die Suppe spucken und glauben, alles besser wissen zu können. Und genau das meine ich eben im Prinzip dadurch, wenn man sagt, man hätte diese Delegierten, wie in echt, würde man das ganze Micromanagement eigentlich rausnehmen wieder. Also wäre es so gesehen kontraproduktiv, die Wirklichkeit abzubilden, wo man eben schon delegiert. Wir haben einen Echtzeitspezialisten hier in unseren Reihen. Das ist Legendary Marvin, der insbesondere Europa Universalis 4 exzessiv gezockt hat und auf seinem Kanal ständig vorstellt. Und das ist jetzt ja ein Twitter zwischen rundenbasierten Strategiespielen und Echtzeit, weil es ist zwar Echtzeit, aber es ist jederzeit auch pausierbar. Man kann das Spiel auch stoppen. Ist das notwendig, weil man sonst ein Spiel gar nicht so komplex gestalten könnte auf der Micromanagement-Ebene wie Europa Universalis 4? Diese Pausenfunktion, geht es ohne die gar nicht? Das kommt darauf an, dass man bereit ist, auf der ersten Geschwindigkeit zu spielen, kann man das meiste wahrscheinlich auch ohne Pause machen. Aber das stimmt auf jeden Fall durch diese Geschwindigkeitsregulierung und die Pausenfunktion, die man normalerweise trotzdem einsetzt, weil sie für viele Sachen einfach optimal ist. Trifft es eigentlich Twitter zwischen Echtzeit und Rundstrategie eigentlich ganz gut. Vor allem, weil man damit das Problem umgeht, dass man unter Echtzeit ja eigentlich allererst Spiele wie Starcraft, Command & Conquer und ähnliches im Kopf hat. Und da ist ja auch, das hatten wir ja vorher kurz angesprochen, auch eigentlich mit Micromanagement was ganz was anderes gemeint, als jetzt zum Beispiel in den Strategiespielen, die wir bis jetzt genannt haben, wie zum Beispiel Tropico 5 oder Europa Universalis. Da geht es ja darum, dass man in der Lage ist, Konzepte möglichst detailgetreu zu steuern, möglichst viele Schrauben einzustellen, wie auch schon schön formuliert worden ist und dadurch eben möglichst optimal seine Wirtschaft, sein Reich oder was auch immer zu steuern. Wohin ging man ja in der Echtzeitstrategie Spiel eigentlich mit Micromanagement das Steuern einzelner Einheiten meint. Also wo man sagt, im Makromanagement heißt, ich baue meine Basis und ich baue die und die Einheit und Micromanagement ist dann das, wo ich schnell sein muss. Wurde ja auch schon genannt. Da gibt es dann auch, gibt es auch den Begriff der APM, der Actions per Minute, wo die in die Top-Spieler mit 300 Actions per Minute rumlaufen, was ja 5 pro Sekunde ist, was ja absolut wahnsinnig ist eigentlich. Und das ist natürlich was ganz was anderes. Das ist ja eigentlich fast schon ein sportlicher Effekt, wo der Begriff E-Sports vielleicht wieder seine eigene Bedeutung drin findet, wenn man das so schnell kann. Und dementsprechend muss man da vielleicht auch immer aufpassen, worüber man gerade spricht. Ich weiß jetzt nicht, ob einer von euch im Echtzeitstrategie Spiel, also jetzt in diesem Command & Conquer, Starcraft Universum schon mal vertreten, weil ich für meinen Teil habe Command & Conquer längere Zeit im Clan gespielt, also auch über Ranking und so. Ich war nie gut, aber ich habe es gespielt. Und da fängt man halt wirklich an mit Makros und optimierte Anfangsstrategien, wo man dann den Makro macht, wo man dann die ersten 5 Gebäude innerhalb der ersten 2 Sekunden baut. Und ähnlich ist das natürlich eine ganz andere Welt, weil man da eigentlich wirklich Sport betreibt, weil man versucht, schnell zu sein. Genau, also ich bin ab und zu am Starcraft 2 spielen, aber da auch hauptsächlich mit Freunden, die das dann auch besser drauf haben. Und ähnlich wie beim Schach eben die Eröffnungszüge, die Build Orders ganz genau kennen. Und das sind eben optimale Strategien, die sich da so herauskristallisiert haben. Und die befolgt man. Aber wenn jetzt beide Spieler das eben befolgen und die gleiche Strategie benutzen, dann kommt es eben letztlich darauf an, wer ist da schneller mit der Maus? Wer kann seine Einheiten da besser positionieren? Und da ist das eben bei rundenbasierten Strategiespielen eine ganz andere Sportart in dem Sinne. Weil es da eben darauf ankommt, durch dieses Micromanagement eröffnet sich mir eben nochmal eine neue Welt, eine neue Strategie-Ebene. Bei Civilization wäre das jetzt eben, dass man jede einzelne Stadt per Hand managt. Das heißt sozusagen, dieses Feld wird mit Weizen bebaut und hier gehen Leute hin und gehen in die Minen. Das kann man auch vom Computer übernehmen lassen. Das funktioniert auch wunderbar auf den einfachen Schwierigkeitsstufen. Aber wenn man eben dann an Restriktionen gebunden ist, auf dem Weg, man hat nur eine Stadt zum Beispiel, dann ist es eben nötig, diese neue Ebene der Strategie, die da geboten wird, auch zu benutzen. Mit dem Spiel bist du ja auf dem Kanal quasi groß geworden, Egon Sonn. Mit Civilization, jetzt auch konkret in letzter Zeit mit Civilization 5. Und im Prinzip geht es ja im Vergleich zu Europa Universalis um etwas sehr ähnliches. Man führt die Geschicke eines Volkes. Man ist also nicht nur wie bei, wie wenn Tom Tropico 5 spielt, der Diktator einer Bananenrepublik, wie er gesagt hat, sondern man steuert schon ein etwas größeres Eiland mit richtigen Grenzen. Es kann auch eine Großmacht sein beispielsweise oder man versucht zumindest aus seinem kleinen Volk eine Großmacht zu machen im Laufe des Spiels. Wenn du dir Civilization 5 anschaust, das sollten wir vielleicht nach Tropico 5 und EU 4 jetzt mal als drittes Spiel vorstellen. Was ist da der besondere Charakter des Micromanagements dort im Vergleich zu anderen Spielen? Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist so das typische Civilization-Feeling beim Micromanagement? Das typische Micromanagement-Feeling bei Civilization ist, glaube ich, halt wirklich nicht mal so die Einheitenbewegung, wie es jetzt in anderen Spielen wäre. Ich glaube, dass die Einheitenbewegung natürlich auch zum Micromanagement zählt, aber oftmals dann doch offensichtliche Entscheidungen parat hält. Also es ist selten, dass man jetzt wirklich zwischen zwei oder drei Optionen da jetzt wählen muss, wenn man seine Einheiten vor der Stadt positioniert. Im Gegensatz eben zum Stadtmanagement, da ist es dann nämlich wichtig, dass die Entscheidungen Hand in Hand mit dem Makromanagement gehen, mit dem großen Ganzen, mit der Vision, die man hat, wie man sein kleines Reich jetzt zum Weltherrscherreich machen will. Und wenn man dann eben sich am Anfang schon dafür entscheidet, auf Kultur zu gehen, dann muss ich wissen, welche Möglichkeiten bietet mir die Stadt, meinen Kulturwert zu erhöhen. Und da ist es dann eben wichtig, kann ich jetzt darauf verzichten, dass die Stadt wächst, wenn ich dann jetzt noch einen Künstler einstelle oder eben was in der Richtung. Und von daher würde ich sagen, dass das Micromanagement in Civilization dann unglaublich wichtig wird, wenn man eben eine gewisse, ja, einen gewissen Win-State anstrebt. Da gibt es ja eben den militärischen Sieg, also den Eroberungssieg, Kultur, Wissenschaft und so weiter und so fort. Und ich glaube, das macht auch den Wiederspielwert von Civilization so ungemein groß, im Gegensatz zu anderen 4X-Strategiespielen, dass man eben durch die verschiedenen Führungspersönlichkeiten, durch die verschiedenen Civilizationen zur Auswahl dann eben verschiedenste Wege hat, dieses Spiel zu gewinnen. Und jedes Mal, wenn man anfängt, dann eine neue Methode oder einen neuen Weg beschreiten kann, schauen, ob man da jetzt den perfekt ausnutzt, um dann eben dann beim nächsten Mal es schon wieder besser zu machen oder dann eben doch einen anderen Weg zu benutzen. Aber du spielst bisher auch leidenschaftlicher Civilization-Spieler. Wie geht es dir denn da? Mir geht es genauso, muss ich jetzt langweiligerweise sagen. Ich überlege mal gerade, ob ich das jetzt alles einfach wiederholen sollte. Lasse ich lieber weg. Aber es ist tatsächlich so, auf meinem eigenen YouTube-Kanal habe ich mich halt auf Rundenstrategie spezialisiert. Und Civilization 5 ist nicht das einzige Spiel, aber steht tatsächlich auch im Mittelpunkt. Und im Wesentlichen empfinde ich das auch ähnlich. Um es kurz zusammenzufassen, je nachdem, welche dieser Siegvarianten oder Spielstrategien man grundlegend anstrebt, desto mehr muss man auch, desto wichtiger ist es, sich beim Mikro-Management oder beim Micro-Management frühzeitig zu entscheiden, welche Strategie man verfolgt und die im Micro-Management dann auch umzusetzen. Wenn man einen Kultursieg machen möchte und dann irgendwann anfängt, in den Städten Künstler einzustellen oder Gebäude einzustellen, die beim Bau, die für Kultur wichtig sind, dann kommt das ein bisschen spät. Was ich auch damit jetzt gerne noch verbinden möchte, gerade auch beim Thema Civilization, da macht man, da macht das Programm oder da machen die Entwickler uns Spielern ja Angebote. Wir könnten auch Sachen automatisieren. Wir könnten zum Beispiel Bautrupps automatisieren, die Geländefeldverbesserungen errichten, sodass wir selber nicht mehr per Hand einstellen, ob da ein Bauernhof gebaut werden soll, ob da ein Wald geholzt werden soll, abgeholzt werden soll oder nicht, sondern das könnten auch die Bautrupps alleine machen. Ich mache das nie. Ich finde das absolut unsportlich. Wie empfindest du das? Wenn ich da ganz kurz das dazusagen darf, ist aber, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache in der Diskussion Micromanagement gegen Spielspaß. Klar, wenn man das Spiel kann, denkt man sich irgendwann, wie würde ich auf die Idee kommen, das zu automatisieren, aber ich denke, gerade für Leute, die neu in ein Spiel einsteigen und dann anfangs nicht von Micromanagement erstmal überrollt werden wollen, ist das eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache und das ist, was euch an Civilization, Reihe allgemein, aber Civilization 5 natürlich auch relativ gut finde, dass man eben sagt, man muss sich nicht um die Städte einzeln kümmern. Man kann sich auch mal erstmal auf das Große konzentrieren, kann da auf den leichten Schwierigkeitsgraden auch Erfolge damit haben, aber wenn man halt in die Höheren kommt, dann muss man sich langsam reinarbeiten. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Europanäuse ist dafür bekannt, dass unheimlich Einsteiger unfreundlich ist. Oh ja. Das hängt halt damit zusammen, dass es keine Automatisierungsmechanismen gibt. Du fängst an und du musst sofort alles selber machen. Es gibt nichts, was die KI dir irgendwie abnimmt. Und was da ein schönes Gegenbeispiel ist, wäre Hearts of Iron 3, wo wir wirklich sagen, Diplomatie interessiert mich nicht. KI mach du das. Handeln interessiert mich auch nicht. KI mach du das. Geheimdienst, okay, den mache ich selber. Das ist, denke ich, eine wichtige Sache, dass man eben sagen kann, ich fange an, ich habe meine, ja, FU-Strategien, die First-Order-Optimal-Sachen, die ich einfach ausführen kann, mit denen ich anfangs auf den kleinen Schwierigkeitsgraden Erfolge haben kann und dann arbeite ich mich langsam rein. Wenn man mit allem sofort anfängt, Distant Worlds ist da auch ein böses Beispiel, wobei man da wieder Teile abschalten kann an die KI, dann wird man da sonst zu schnell überrollt. Ja, meine ich da noch kurz was dazu sagen darf, weil mir ist kurz im Kopf geschwebt, zu sagen, was macht gutes Micromanagement aus und was schlechtes und gutes ist, vielleicht wenn es optional ist, wenn man sich es aussuchen kann. Europa Universalis ist da ein bisschen ein Gegenbeispiel, weil da kann ich es mir nicht aussuchen, da muss ich Micromanagement betreiben oder da muss ich Entscheidungen treffen, gehört aber auch irgendwie zum Reiz vom Spiel an sich, glaube ich. Also ist auch beabsichtigt mit dem Hintergedanken, welches Zielpublikum spreche ich an mit dem Spiel. Civilization will definitiv mehr Spieletypen ansprechen als wie EU, weil da muss man einfach ein bisschen der Typ dafür sein, dass man das selber managen will, dass man sich da reinfuchsen will, reinlesen will, reinarbeiten will und so weiter und gutes versus schlechtes Micromanagement ist glaube ich dann schön zu sehen, wenn man Micromanagement betreiben muss, es aber im Endeffekt keine Auswirkungen hat, weil das ist etwas, wo ich jetzt Civilization nochmal aufgreifen will und sagen will, schönes Beispiel oder schön gesagt, dass man Micromanagement betreibt, um Langzeitziele zu verfolgen. Heißt, ich ändere jetzt hier in der Stadt irgendwelche Jobs, irgendwelche Besetzungen, ich baue ein Gebäude, um dann in 150 Runden, Punkt, 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 oder in 10 Runden oder 20 Runden und egal ob wir jetzt von Runden sprechen oder wie bei Europa Universalis, von Zeit, im Endeffekt ist es das gleiche, weil Europa Universalis, wenn ich das mal sagen darf, ist sowas eigentlich für mich wie Standard ist Pause und ich habe einfach die Zeitfunktion, damit das Spiel nicht steht, aber ich spiele es jetzt nicht standardmäßig auf höchster Geschwindigkeit, muss es bremsen, sondern es ist eher umgekehrt, von dem her hat es für mich ähnlichen Charakter, man redet halt bei Europa Universalis von, das ist in so und so vielen Monaten oder Tagen fertig und nicht in so und so vielen Runden, aber das ist eben glaube ich das gute Micromanagement, ich entscheide jetzt, später passiert was und das Schlechte, was ich auch oft in vielen Spielen sehe, ist, ich muss, um jetzt ohne einen Namen zu nennen von dem Spiel, ich muss in dem Gebäude, wenn ich ein neues Gebäude baue, muss ich vorher mal da drei Leute beschäftigen, muss einen neuen Preis einstellen, muss was auch immer, aber im nächsten Gebäude mache ich wieder das gleiche und dann ist es schlechtes Micromanagement, wenn es im Endeffekt eine Notwendigkeit ist, damit das Spiel einfach überhaupt irgendwie funktioniert und das ist bei der Civilization komplett anders und deswegen funktioniert es bei Ziv auch, glaube ich, dass man es automatisieren könnte, weil der Computer im Prinzip ja dann die Entscheidung einen halt abnimmt, aber trotzdem nicht immer dasselbe macht. Ich würde gerne das Thema Lernkurve oder Erlernen des Spiels nochmal aufgreifen, das Marvin gerade angesprochen und du jetzt auch ausgeführt hast. Tom, du hast ja, behaupte ich mal, von uns Vieren hier bist du derjenige, der die meisten abwechselnden Spiele spielt. Du stellst dir laufend irgendwelche Titel bei dir auf dem Kanal auf, vor, wo ich dann einen Blick werfe auf den Titelnamen und mir denke, ist mir noch nie untergekommen, was ist das denn um Himmels Willen? Und ich glaube, wir drei anderen sind da ein klein bisschen konservativer. Das heißt, du musst ständig auch Spiele neu erlernen, zumindest so weiter erlernen, dass du sie auch selber let's playen kannst, ohne dass es allzu peinlich wird. Wie wichtig ist es da, dass das Mikromanagement oder Micromanagement gut ausgeschildert ist, dass das gut erklärt wird? Ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil ich denke, was man auch beachten sollte, ist, dass sich viel wiederholt. Also wir haben ja auch auf unserer Liste von heute sozusagen Banished, bin ich ja gerade fertig geworden mit 20 Folgen und Banished ist so ein Spiel, wo ich sage, viele der Mikromanagement-Elemente kennt man aus einem anderen Spiel, weil kein Element von Banished zum Beispiel ist es, eine bestimmte Anzahl von Leuten einem bestimmten Job zuzuweisen. Fünf arbeiten da, zehn arbeiten da. Sei doch so lieb, Tom, und erklär mal kurz den Leuten, die das Spiel noch nicht kennen, worum es da eigentlich geht. Du bist ja wieder dabei, eine kleine Gemeinschaft dann zur Blüte zu bringen. Ja, genau. Banished ist von der Story her, soweit man von Story sprechen kann, dass eine kleine Gruppe von Leuten irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, ausgesetzt wird, aber verbannt wird sozusagen und irgendwo neu anfangen muss. vom Zeitsetting her habe ich es immer noch nicht ganz einordnen können, aber ich denke, man kann sich es vorstellen, ich habe mal gesagt, vielleicht können Sie mir da helfen, 100, 200 Jahre zurück in etwa. Ja, habe ich jetzt auch gesagt. Ganz grob, so ungefähr. Das hat spontan mehr gesagt, aber auch. Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich sage, man könnte genauso Amish-People von heute sein, so gesehen. Also man heizt halt noch mit Kohle, man geht, Hauptbeschäftigung ist, in die Kirche gehen, so ungefähr, und man ernährt sich aus dem Wald und von Jagd und von Fischerei, also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Aber das Ding ist, wenn wir heute ausgesetzt werden würden, würden wir, denke ich mal, genauso erstmal Holzhacken gehen und Holzhäuser bauen. Genau. Deswegen meinte ich ja von der Zeit, da ist es ein bisschen schwierig einzuordnen, aber es fahren keine Autos durch die Gegend, es gibt kein Telefon, also um es mal, keine Technik sozusagen, kein Strom. Das mal auf jeden Fall. Und ja, eben, man baut hier eine Siedlung auf, muss eben schauen, dass die Leute überleben werden, wenn ja durch den Winter kommen, gibt auch einen Jahreszeitenverlauf. Aber eben da ist der Hauptteil vom Micromanagement, dass man eben Jobs zuteilt. 20 Leute kümmern sich um die Nahrung, 10 kümmern sich ums Holz, 5 kümmern sich um Stein, jetzt mal, um irgendwelche Zahlen in den Raum zu werfen. Und das sind teilweise Elemente, die kennt man aus anderen Spielen. Genauso weiß man, die Leute müssen essen, die Leute brauchen vielleicht eine Arbeit, die Leute wollen Unterhaltung, es gibt da auch eine Taverne, die Leute wollen Bildung, es gibt eine Schule. Also das sind so Sachen, wo ich sage, ja, wenn ich das sehe, kommt mir das einfach schon bekannt vor von anderen Spielen. Also die Lernkurve, wenn man sehr viele Spiele spielt, so wie ich, ist vielleicht sogar geringer, wie man meint, wenn man irgendwo spezialisiert ist. Also ich habe Civilization, Europa Neosalis, keine Ahnung, 1000 Stunden gespielt und jetzt spiele ich Banished. Dann würde man sich vielleicht gar nicht zurechtfinden. Hingegen, wenn man 20, 30 ähnliche Spiele für ein paar Stunden gespielt hat, findet man sich schnell zurecht. Und ja, da ist natürlich die Frage nach dem Interface, bin ich vielleicht der Richter, der Falsche, um darüber zu sprechen, weil ich bin da sehr flexibel, sagen wir mal so. Also ich bin da absolut bereit, mal zu suchen, eine Zeit lang, weil ich auch entsprechend die Let's Plays auch vorbereite. Ich spiele das auch vor ein paar Stunden, bis ich einfach alles weiß, alles gesehen habe. Von dem her, da würde ich das an die anderen lieber weitergeben, die Frage. Ja, ich glaube, da kann ich einspringen. Ich habe nämlich vor kurzem erst tatsächlich das erste Mal Banished gespielt und mich eingespielt. Und es gibt, also ich weiß gar nicht, ob es ein Tutorial gibt, aber ich bin da auch jemand, der so vor ein Spiel will und ich sage ja immer, die Paradedisziplin ist ja, den Spieler an das Spiel heranzuführen, ohne jetzt zehn Textboxen einzublenden, klicken sie hier drauf, um das zu machen, sondern dass es eben natürlich irgendwie das Spiel herangeführt wird. Und genau, ich bin so halb mit klargekommen, ein paar Elemente habe ich gekannt, aber dann doch ganz schnell irgendwie gegen eine Wand gefahren. wobei bei mir ist es auch so ein Unding, wenn ein Tutorial aufpoppt, dann bin ich da dagegen, weil ich mir denke, ach, ich weiß es eh besser, jetzt dauert es ewig, bis mir das Tutorial sagt, drücken sie nach vorne, um nach vorne zu gehen, da kriege ich so einen Hals. Aber andererseits ist es dann eben so, wie bei Banished, dass wenn ich das Tutorial nicht durchgehe, dass ich dann nicht genau weiß, was ich machen muss, wo es jetzt hakt, wo mein Fehler ist, welche Optionen mir noch zur Verfügung stehen. Ich gehe dann, mein Approach ist dann mehr oder weniger, dass ich immer jeden Menüpunkt einmal durchgehe und anklicke, da aber natürlich nie genau weiß, welche Auswirkungen das jetzt genau haben wird. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt bei Europa Universalis 4, mit der Lernkurve, dass man nicht weiß, welche Auswirkungen die Entscheidung haben werden, die man da zur Verfügung gestellt bekommt. Ich kann mich jetzt schwer in Civilization reinversetzen, weil ich seit jeher spiele, aber bei Europa Universalis ist es eben so, wenn ich in den Regierungskontext gehe, dann sehe ich da, okay, plus ein Prozent Missionars Stärke. Okay, was machen die Missionare? Wie setzt sich das zusammen? Und dann steht da aber auch nirgendwo, dass jetzt dieses Einprozent, dass es ein ganzer Punkt ist, dass es praktisch schon meine Missionars Stärke verdoppelt, steht nirgends. Und das geht dann nur über Foren lesen und spielen, 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 spielen. Handbuch? Es gibt ein offizielles Handbuch, glaube ich, das besteht aus 20 Seiten mit bunten Bildern, wenn mich nicht alles täuscht. Marvin? Ja, das ist irgendwie eine traurige Relation und so bei Paradox ist es ganz schlimm. Aber ich habe das Gefühl, dass es allgemein bei sehr vielen komplexeren Strategiespielen ist. Je komplexer das Spiel, desto schlechter ist das Tutorial. Es ist eigentlich, ist es ja vollkommen falsch, aber es scheint mir eine sehr traurige Relation zu sein. Ich muss sagen, eines der besten Tutorials, das ich bis heute gespielt habe, ist die Trainingsmission in Call of Duty Modern Warfare, wo man eigentlich auch sagen müsste, ein Ego-Shooter braucht nicht unbedingt eine Einführung oder gut, Paradebeispiel ist vielleicht auch Portless, die zu 80% Tutorial ist. Aber Strategiespiele versagen da irgendwie zu 80 bis 90% habe ich das Gefühl, wirklich ins Spiel einzuführen. Und Paradox ist natürlich ganz schlimm, das kommt ja dann später auch nochmal vor, wenn es darum geht, Micromanagement außerhalb des Spiels sozusagen, weil man halt wirklich sehr viel Information benötigt, die nicht im Spiel vorhanden ist. Also da muss ich Portal jetzt aber mal in Schutz nehmen, weil es das perfekte Beispiel, glaube ich, dafür ist, was ich vorhin gemeint habe, dass du als Spieler sofort in der Action drin bist, mit deinen gewohnten Befehlen, vorwärts, rückwärts, links, rechts, dich in dieser Spielewelt bewegst, was erlebst, ja, und nach und nach dann immer mehr Funktionen dazukommen, die aber dann völlig natürlich kommen. Du kennst es ja... Aber ich habe das auch vollkommen positiv gemeint, ich würde nie was Schlechtes über Portal sagen. Aber ich meine jetzt als positives Beispiel, dass Portal wirklich 70 bis 80% lang dauernd neue Sachen beibringt, und das während dem Spielen, während man Spaß hat und man wird nie mit zu vielen Sachen auf einmal überladen. Das war jetzt ein positives Beispiel gemeint. Na gut. Also über das Erlernen von Spielen, über Tutorials, über Handbücher gibt es mit Sicherheit demnächst nochmal einen Podcast. Das habe ich mir nämlich auf meine Liste geschrieben, an Themen, über die ich dann gerne im Detail auch ein bisschen detaillierter noch sprechen möchte. Lass uns nochmal ein bisschen enger jetzt beim Stichwort Micromanagement bleiben, im Zusammenhang zum Erlernen des Spiels, was es bei Banished gibt und was es bei Civilization beispielsweise gibt, bei den beiden Spielen, über die wir schon geredet haben. Im Gegensatz zu Europa Universalis, es gibt ein sehr gutes In-Game-Lexikon, wo man halt Sachen nachschlagen kann und wo man auch beim Thema Micromanagement genau nachschauen kann, welcher Wert was bedeutet und wie diese Spielmechaniken ineinander greifen. Das deckt sich zum Teil auch mit dem Tutorial, zumindest bei Banished, also Texte oder Textfragmente davon, tauchen auch im In-Game-Lexikon auf. Das ist sozusagen dann die dritte Variante. Tutorial, In-Game-Lexikon, PDF-Handbuch. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das Micromanagement und die Features und die Werte dort erklären könnte. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es überhaupt irgendwo erklärt wird. Kommt drauf an. Weil bei Banished möchte ich eine Ausnahme machen. Ich weiß, ich bin jetzt wieder ein bisschen im anderen Thema drin, aber ich möchte es trotzdem noch anbringen, weil es mir auf der Seele brennt, glaube ich, normalerweise, oder? Und auf der Zunge liegt es. Also muss es raus. Banished hat keine Siegbedingung. Banished hat nur eine Verlierbedingung. Und da ist es okay, dem Spiel verzeihe ich vieles, weil ich sage, bei Banished geht es ums Verlieren. Die Frage ist, wie lange schaffe ich es, bis ich verliere? Und deswegen finde ich es auch durchaus okay, wenn es jetzt nicht so zugänglich ist, wenn es Micromanagement schwierig ist, wenn es nicht immer ganz logisch ist, keine Ahnung, wie man sagen will, weil es geht eigentlich ums Verlieren. Und da ist Banished eine kleine Ausnahme. Das wollte ich nur noch angefügt haben. Es gibt kein Win-State. Das ist schön, ja. Jetzt sind wir, eben hatte Marvin das schon angesprochen, es gibt tatsächlich bei Spielen, wie beispielsweise bei Europa Universalis 4, den Rang des Spielers doch tatsächlich einmal zu externen Mitteln zu greifen, sprich sich zum Beispiel Papier und Bleistift zu nehmen oder Excel-Tabellen zu erstellen oder sich die im Internet runterzuladen oder in Internetforen nachzuschauen, um Sinn und Verstand reinzubekommen ins Micromanagement, um zu kapieren, nachzuvollziehen, auszutüfteln, was hat worauf einen Einfluss. Macht ihr das auch so manchmal, dass ihr euch tatsächlich Dinge dann extern noch aufschreibt? Also bei Europa Universalis 4 habe ich das eigentlich in großen Massen, könnte man fast schon sagen. Es sind mehrere ziemlich unsortierte Listen, wo verschiedene Kleinigkeiten drinstehen, die man im Spiel sonst nicht lernt. Ich habe auch eine größere Excel-Tabelle, die rechnet zwar jetzt nichts, aber das ist einfach nur eine Übersicht über die verschiedenen Einheiten, weil man zum Beispiel im Spiel sieht man zwar, okay, mein Gegner ist mir jetzt drei Technologiestufen unterlegen, aber man hat im Spiel keine Möglichkeit herauszufinden, was das jetzt eigentlich an Kraftunterschied bedeutet. Man weiß nicht, ist sie deswegen jetzt nur halb so stark wie meine oder vielleicht sogar trotzdem genauso stark. Das ist zum Beispiel eine Tabelle, die ich da sehr oft zurate ziehe, aber ich sage auch allgemein sehr viele Informationen, die im Spiel einfach nicht vorhanden sind, die dann einfach entweder wirklich gekannt werden müssen oder halt wirklich auf externen Notizzetteln vorhanden sind. Ich erwische mich ja persönlich manchmal sogar im Gegenteil, dass ich nämlich bewusst versuche, irgendwas nicht zu ergründen, um den Zauber des Spiels nicht zu brechen. Weniger vielleicht noch bei dieser Art von Spielen, bei Strategiespielen oder bei Wirtschaftssimulationen, aber zum Beispiel bei Rollenspielen oder bei Gothic, bei Risen oder bei Witcher, dass ich dann denke, dass ich dann manchmal in Internetforen nachlese, welche Waffe was macht und wie der Schadenstyp funktioniert und was in welchem Trank ist. Und dann denke ich mir, oh Gott, jetzt könnte ich das alles wissen und ich zerspoilere mir den gesamten Spielspaß und die Spielatmosphäre, dieses Magische, dieses Ungefähre, dieses Gefühl von, ich bin in einer fremden Welt auch ein bisschen verloren und kann nur erahnen, wie die funktioniert und versuche, mich da irgendwie zurechtzufinden. Also frage an euch, gibt es auch ein zu viel an Erklärung und an rationalem Durchdringenwollen dieser Spielwelt? Noch ganz kurz zu dem Pen-and-Paper-Thema, wenn ich darf. Bitte. Ich benutze dann tatsächlich Notizen, nicht um jetzt das Spiel zu optimieren, sondern wenn ich Don't Starve spiele, Don't Starve kennt Tom.io, glaube ich, auch sehr gut. Und zwar geht es dann mir immer so, dass ich jetzt gerne was Komplexeres bauen möchte, mir dafür aber noch Bretter fehlen. Dann sehe ich, ah, ich habe nicht genug Bretter, okay, ich muss Holzhacken gehen. Ah, und dann sehe ich, ich brauche noch eine Axt, da könnte ich noch eine Goldene Axt bauen. Apropos Gold, da ist noch das andere. Und ich benutze es tatsächlich, um mir dann aufzuschreiben, ah, Moment, ich möchte Produkt X herstellen. Und das ist mein Ziel. Und jetzt konzentriere dich darauf, mach erst mal die Dinge, die dafür nötig sind, bevor ich jetzt wieder abermals Tage damit verbringe, andere Dinge zu tun. Und, ja, das ist zum Glück im richtigen Leben anders bei mir. Sonst hätte ich, glaube ich, ein Problem. Ja gut, und sowas entzaubert das Spiel ja auch nicht, finde ich, sondern das ist einfach eine Gedächtnissstütze, wo ich sage, na, ich weiß ja, dass ich das vorher brauche, das vorher machen muss, Holz holen muss, Stein holen muss, Gold holen muss, eine Axt brauche. Nur, man denkt halt in dem Moment vielleicht nicht dran, sondern eher blockiert, ein bisschen, wie wir vorher schon gesagt haben, das eigentliche Ziel liegt irgendwo in der Ferne und durch Micromanagement wird es ein bisschen verbaut, wobei, ich perdone, das Micromanagement einen Spaß ausmacht, weil man muss ja überleben, man muss Kleinigkeiten machen, das ist eher Gedächtnissstütze. Und ich glaube, so mache ich das, wenn überhaupt auch. Ich schreibe mir Sachen auf, wie zum Beispiel, in der und der Stadt kosten die und die Rohstoffe so und so viel. Ich könnte es mir auch merken, theoretisch, aber irgendwann ist das halt zu viel des Guten und dann schreibe ich es auf. Aber sonst, weiß nicht, um nochmal Rollenspiele zu nennen, wenn da das Micromanagement ist, nehme ich Schwert A oder Schwert B und ich schaue mir die Effekte an oder ich schaue die Effekte sogar nach, das entzaubert dann wirklich. Aber bei den Spielen, die wir spielen, Wirtschaftssimulation, Strategie, Aufbaustrategie, da ist es, glaube ich, eher eine Notwendigkeit, wenn man sagt, das hat nicht alles in meinem Kopf Platz, dass ich sage, ich mache Notizen. Und das stört mich dann auch nicht. Da gibt es für mich auch kaum, kaum ein zu viel, muss ich sagen. Nochmal beim Interface eine Sache nachzutragen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Das ist nämlich der Punkt, wie man die Informationen weitergeben möchte an das Programm. Per Maus, per Tastatur. Viele Leute lieben beispielsweise Shortcuts oder lieben es in den Optionenmenüs, wenn das angeboten wird, Shortcuts zu definieren oder schauen in Handbüchern nach, wie sie mit welchen Buchstaben oder Buchstabenkombinationen durch Gebäude klicken können oder Infobildschirme aufrufen können, was natürlich bei Multiplayer-Partien insbesondere eine große Rolle spielt oder überhaupt dann, wenn Zeit Geld ist oder zumindest Zeit Spielvolk bedeutet. Wie ist das bei euch? Seid ihr auch Leute, die manchmal, ja, es lieben Tastatur, Kommandos herauszubekommen, zu definieren. Ja, ganz große Unterscheidung vielleicht. Da greife ich ein bisschen oder ich mache es ganz kurz, damit die anderen zwei drankommen. Aber da ist ein riesen Unterschied zwischen Let's Play und wie ich es in Offscreen, wenn man selber spielt. Weil ganz, ganz schnell gesagt, Let's Play muss ich fast die Maus nehmen, weil ich muss dem Zuschauer zeigen, was ich anklicke. Also das sollte man vielleicht außen vornehmen. Oder die Frage, nochmal zurück an den Limp-Writing-Bull, reden wir jetzt von Let's Play, oder reden wir von alleine spielen? Von alleine spielen. Denn bei Let's Play mache ich das genauso und das liegt wahrscheinlich uns. Für uns ist das selbstverständlich, für die Zuschauer vielleicht nicht, aber man muss tatsächlich, man sollte in der Regel alles mit der Maus steuern, damit man einfach, damit einfach der Zuschauer den Mauscursor sieht und damit es leichter hat, den Handlungen und den Gedankengängen auch auf dem Bildschirm, die durch die Bewegung des Mauscursors ausgedrückt zu werden, um denen folgen zu können. Also wie macht ihr das beim Spiel selber? Benutzt ihr Shortcuts gerne? Mit dem Punkt hätte ich jetzt auch noch angebracht, mit dem Unterschied. Ich habe früher sehr viele Shortcuts benutzt, vor allem in der Echtzeitstrategie und als ich dann auch rausgekommen bin, war es halt irgendwie so eine Sache, wo man sich auch ein bisschen dran gewöhnt hat, dass man sich seine Shortcuts auf seine Makro-Tasten legt. Ich habe hier auch mehr als genügend. Aber ich muss sagen, es hat sich in der Zeit eigentlich sehr aufgehört, eben wegen dem Let's Play, weil man da doch immer schaut, dass derjenige, der Zuschauer das auch sehen kann, was man macht. Und dadurch habe ich mir es irgendwie in einer dermaßen Ausmaße abgewohnt, dass ich es inzwischen eigentlich auch kaum noch mache, wenn ich alleine spiele. Nö, beim Alleinespielen habe ich es immer noch drin. Es ist ja die, die Arbeiten, in Anführungszeichen, am PC. Kennt, glaube ich, jeder, dass man irgendwann sieht, ah ja, Steuerung C ist Copy. Am Anfang denkt man auch, oh, so ziemlich umständlich, aber irgendwann merkt man, oh, ich bin schneller und es ist irgendwann auch drin, also gerade bei Civilization ist ja F wie Fortify, man möchte seine Einheit jetzt nicht mehr bewegen, einfach F drücken und sie ist ruhig und da jetzt ist das Ziel, das mal mit der Maus hin und her zu fahren, ist halt dann unglaublich zeitintensiv. Es sind zwar dann nur mal wenige Sekunden, aber die läppern sich so zusammen, dass man da auch beim Let's Playen, also wenn ich dann am Anfang natürlich ein Spiel vorstelle, zeige ich auch alles mit der Maus, aber eben dann in Folge 20 oder 30 muss ich dann nicht mehr erklären und dann sage ich eben, ich glaube auch immer on screen die Phase zu zeigen, in der ich dann die Shortcuts finde und rausfinde. Ja, das ist auch schon wieder ein Service für den Zuschauer dann praktisch. Ein Punkt, den Tom wiederholt schon angesprochen hat, über den wir noch nicht richtig gesprochen haben, das sind wiederkehrende Handlungen. Also wenn man nicht nur, wenn man meinetwegen nach Starten eines neuen Levels immer wieder die gleichen Dinge oder machen muss und nach Betreten von Gebäuden oder von Städten oder nach der Gründung von Städten immer wieder dieselben Bauschlangen einstellt von Gebäuden. Da hat man ja das Gefühl, dass sich was wiederholt. Es kann dann auch ermüdend werden. Die Freude daran, eine möglichst optimale Strategie auszutüfteln beim Micromanagement, diese Freude schwindet ein bisschen. Stattdessen gibt es dieses Gefühl des Wiederkehrends und dadurch auch ein bisschen Langeweile. Erlebt ihr das auch so? Wann kann ein Spiel durch wiederkehrendes Micromanagement ein wenig langweilig werden? Gibt es da vielleicht ein besonders abschreckendes Beispiel für euch? Früher, vor über 15 Jahren, die Wirtschaftssimulationen, also gerade zum Beispiel der Planer, in dem man, glaube ich, ein Logistikunternehmen führt oder auch die Krankenhaus-Simulation, die mit einem Augenzwinkern auch zu sehen ist, Bean. Da war es tatsächlich so, dass ich heute auch noch Probleme habe, wenn ich nochmal versuche, sie zu spielen, dass man gezwungen wird, wirklich Micromanagement oder Zeitdruck zu machen und dann eben auch scheitert daran, dass man im Laufe des Tages eben nicht alle Aufgaben gestemmt bekommt. Also die Spiele heute sind da schon sehr einfacher geworden und verzeihen eben auch Fehler. Aber in den Anfangszeiten der Wirtschaftssimulation war es, glaube ich, tatsächlich so, dass da der Frustfaktor auch viel höher war, weil eben ganz viele Optionen da waren und man nicht genau wusste, wie und was. Geht es euch genauso? Ja, Ausnahmetransport-Simulation würde ich jetzt ganz klar sagen. Also das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich habe jetzt auch angefangen nachzudenken über meine ersten Wirtschaftssimulationen und eins meiner ersten war Railroad Tycoon 1, in dem Fall, wo ich sage, da sehe ich es ganz, ganz anders, weil das ist so ein bisschen Set and Forget, glaube ich, wie man so schön sagt, ich baue einen Zug, ich mache den Fahrplan und der fährt und ich muss mich theoretisch nicht mehr darum kümmern. Schlimm ist es dann, wie, wenn du sagst, ich tagtäglich ein paar Schritte machen muss, um es am Laufen zu halten, also wie wenn bei Railroad Tycoon, wenn der Fahrplan abgearbeitet wäre, würde er gelöscht und ich müsste ihn wieder neu machen. Das wäre dann genau, glaube ich, das, was du beschreibst, wo es dann negativ wird, das Micromanagement, weil ich sage, das habe ich ja schon gemacht, das habe ich doch schon gesagt, wenn ich jetzt einen neuen Zug baue, der zufällig die gleiche Strecke fährt, okay, kein Problem, aber der nächste Zug wird vermutlich woanders hinfahren, wird andere Waren transportieren und bei den meisten Spielen ist es glaube ich so, dass mich deswegen das Micromanagement das Wiederholende nicht stört, weil es immer ein bisschen ein anderes Ziel verfolgt. Ich glaube, das Lustige an dem Spielen war ja, weil wir es vorhin auch vom Realitätsgrad hatten, dass man eben jeden Tag dieselben Schritte gehen muss und da auch keine Shortkeys waren, weil man immer nur mit Maus im Menü rum navigieren konnte und das Lustige war eben, dass man das dann fünf, sechs Tage macht, also mehrere Spielstunden, bis man an den Punkt gelangt ist, wo man jemanden einstellen kann dafür, einen Manager. Und der das für einen erledigt, dann hat man, genau, dann hat man es nämlich so gut gemacht, dass man es jetzt nicht mehr machen muss. Und ja, ist ja dann wieder fast schon real. Ich muss hier die Drecksarbeit machen, so lange, bis ich genug Geld habe, um jemanden bezahlen zu können dafür. Das ist doch eigentlich, entschuldige Tom, ein fast schon perverser Gedanke, dass der Spielziel darin besteht, den Spieler und dessen Anstrengungen überflüssig zu machen. Das wäre doch mal eine schöne Idee für eine Wirtschaftssimulation, oder nicht? Dass das Spielziel darin besteht, nichts mehr machen zu müssen und man nur noch das Geld zählt. Sich selbst wegrationalisieren, sozusagen. Du hast schon mal Anno gespielt, lange, da passiert das doch am Ende eigentlich meistens, man hat irgendwann seine Handelsrouten, dann ist so der Punkt, wo man 20 Stunden lang was anderes machen kann und das Spiel läuft fröhlich weiter. Ja, aber auch das ist ein Teil vom Spaß natürlich. Ich habe etwas Großes aufgebaut, das stabil läuft und ich schaue einfach gerne zu. So geht es mir zum Beispiel auch bei, sagen wir jetzt mal, Simotrans oder Transporter gekommen, wo ich sage, irgendwann ist es stabil, ich mache laufend Geld, ich muss nicht mehr nachjustieren, aber ich schaue halt gerne zu, wie das Uhrwerk läuft, sozusagen wie, wenn man eine Uhr fertig gebaut hat und sie funktioniert, dann hat es auch eine gewisse Befriedigung. Zwei Sachen wollte ich aber noch in den Raum werfen für den Marvin und den Egonsen, weil wir gesprochen haben von Micromanagement, das nervig ist, wenn man dauernd dasselbe machen muss. Ich habe ein super Gegenbeispiel, wenn es MatTV. Ja. MatTV macht unglaublich viel Spaß, mir zumindestens, obwohl das genau das ist, ich muss jeden Tag alles machen, von Hand und manuell und neu. Sag doch auch da den Zuhörern mal ganz kurz, da bist du der, worum es da geht, da bist du der Leiter einer Fernsehstation. Genau, und ich muss halt das Fernsehprogramm zusammenstellen, ich muss Filme ausleihen gehen, ich muss Werbung buchen und die schalten, ich muss eventuell ein Team zusammenstellen und vielleicht selber einen Film oder eine Serie zu drehen, so ungefähr. Genau, und es spielt wirklich in einem Tagesrhythmus, das heißt, ich komme ins Büro in der Früh oder am Nachmittag oder wann auch immer, die Uhrzeit läuft und ich muss in ein paar Stunden eben jeden Tag diese Tasks erledigen. Ja, aber das Großartige daran ist ja, dass es zwar immer dieselben Tasks sind, aber man ja immer neu abschätzen muss. Wird dieser Film, liegt der immer im Budget, wird er genügend Zuschauer anlocken, um dann eventuell die Werbung, die noch beim Werbefritzen liegt, bedienen zu können und ich glaube, daran liegt der Reiz, weil es ist ja dann, ja wie bei Schacht, das ist ja auch immer dieselben Tasks, nur dass er jedes Mal anders abschätzt, ja. Also Risiko sozusagen, wenn Micromanagement Risiko behaftet ist, dann macht es trotz Wiederholung Spaß, oder? Ja, da schreiben wir uns gleich auf, wir sollten eine Spielefirma gründen, die dann so erfolgreich ist, dass mir andere Leute für uns arbeiten lassen. MW ist übrigens zwischen Browser-Games, das kann man inzwischen einfach so im Browser-Spiel, wenn man mal wieder die Nostalgie einpackt. Was ich bei diesen Transport-Simulationen sehr schön finde, insbesondere bei denen, bei denen man Routen einstellt oder Fahrpläne einstellt, dass man dann direkt sehen kann, in der Spielwelt, welche Auswirkungen mein Micromanagement hatte. Man kann dann einen Zug- oder eine Buslinie verfolgen und kann zuschauen, wie die fährt und wie die von einer Station zur nächsten fährt, waren transportiert. Das heißt, man hat nicht nur abstrakt im Kopf irgendwelche Werte maximiert, sondern sieht das sofort. Es ist anschaulich, man sieht sofort anschaulich mit den Sinnen, mit den Augen, mit dem Zuhören vielleicht zu den Zuggeräuschen, welche Folgen das hat, dass man da so viel Arbeit reingesteckt hat. Und jetzt kommt eine spektakuläre Überleitung zu dem Spiel Democracy 3, hatte ich dich gebeten, ein bisschen dir vorab anzuschauen unter dem Gesichtspunkt Micromanagement Egonson, wo das, finde ich, ganz anders gelöst ist. Das ist ein erstaunlich abstraktes Spiel. Man leitet die Geschicke einer Demokratie, sofern das überhaupt geht, eine Demokratie zu leiten und da ist vieles ganz, ganz abstrakt. Da geht es teilweise um Texteinblendungen, um Sätze, die man sich anschaut und um Ideen, die man im Kopf hin und her schiebt. Ja, also Democracy 3, ich glaube, das Spiel besteht ja mehr oder weniger aus Micromanagement. Genau, man ist Regierungschef einer Demokratie, hat da aber auch wieder die absolute Macht. Man hat zwar Machtpunkte, das heißt, man kann innerhalb von einem Quartal nur so und so viele Gesetze umsetzen und so weiter, kann aber da praktisch die Regler alle verschieben. das heißt, gehen wir mal auf das Beispiel Spritsteuer, da kannst du den Regler ganz hoch schieben und du siehst sofort, welche Wählergruppen werden dich dafür hassen und welche Wählergruppen lieben dich dafür. Da sind natürlich die Autofahrer betroffen, die hassen dich dann umso mehr, je höher du die Spritsteuer machst. Dafür sind aber die Grünen, die Umweltliebhaber, sind da angetan davon. Und das Ding ist aber, dass kein Mensch jetzt nur Autofahrer ist oder nur Unternehmer, sondern eben, ja, du kannst ja Autofahrer sein, trotzdem grün und dann bist du hin und her gerissen praktisch. Und da ist es eben wunderschön gelöst, dass man sofort sieht, mit wem verscherzt ich es mir, was für Auswirkungen hat das auf die Autoindustrie, es werden wohl weniger Autos verkauft dann, was zwar jetzt kurzfristig wohl zu mehr Steuereinnahmen führt, langfristig aber schlecht für die Wirtschaft ist. Und wunderbar ist es da eben, dass auch der Standardbildschirm, also das Menü, der Homescreen sozusagen, aus einer Unmenge an Informationen besteht, die alle miteinander vernetzt sind, aber nichtsdestotrotz übersichtlich gelöst ist. Ja. Was da finde ich sich, was, was ich mich da frage, ist, gibt es, ist das wirklich so wie Schach, du hast das Beispiel wiederholt schon angesprochen, wo wirklich nur Logiken ineinander greifen, wo man ganz genau woher bestimmen kann, was passiert, oder gibt es im Spiel irgendwo auch, auch Zufallsfaktoren, also dass du was, dass du was machst, eine bestimmte Handlung und dann überrascht bist vom Ereignis, vom Ergebnis, aber nicht deswegen, weil du die Folgen nicht korrekt bedacht hattest, sondern weil da im Hintergrund von den Entwicklern noch ein Zufallsfaktor eingebaut worden ist. Der Zufallsfaktor ist minimal. Also es gibt dann nach jedem Quartal, nach jeder Spielrunde sozusagen, ein Ereignis, das mir dann zwei Handlungsoptionen darbietet. Das sind immer wirklich so moralische, nicht moralische, aber ethische Entscheidungen, die ich treffen muss. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ja, sollen wir jetzt mehr Atomenergie investieren? Der Vorteil liegt auf der Hand, günstiger Strom, der Nachteil ist eben, die Umwelt wird auf, ja, Millionen beschädigt und das ist das Einzige, bei dem man dann nicht wissen kann, was für Auswirkungen es hat, aber der große Rest ist eigentlich absehbar. Man hat natürlich dann, man ist natürlich in diesem Politiker-Dilemma, wie im richtigen Leben wohl auch, dass man zum einen die Welt verbessern will, aber zum anderen gerne wiedergewählt werden würde. Und das geht nicht unbedingt immer Hand in Hand. Damit sind wir, Tom und Marvin, finde ich, bei einer ganz grundsätzlichen Frage beim Micromanagement. Ich finde, das lohnt sich eigentlich nur dann so richtig, wenn man tatsächlich weiß, dass alle meine Anstrengungen auch garantiert belohnt werden. Das heißt, wenn der Zufallsfaktor nicht zu groß ist, wenn nicht am Schluss einer Spielrunde oder am Schluss eines langen Entscheidungsmarathons von den Entwicklern irgendwas einprogrammiert worden ist, dass die Würfel rollen und dass das Programm irgendwas ganz anderes auslost, als das Ziel, für das ich so hartnäckig hingearbeitet habe. Wie seht ihr das? Gibt es da einen Widerspruch zwischen Micromanagement und Zufallsfaktoren? Also würde ich auf jeden Fall so sagen. Es ist natürlich immer die Frage, wie groß der Zufallsfaktor ist. Man kann sich auch immer ein bisschen drüber streiten, ob gar kein Zufallsfaktor wirklich so wunderbar ist, wenn man sagt, man kann alles perfekt bis zum Ende berechnen. Würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt sagen. Aber ein starker Zufallsfaktor macht natürlich einiges kaputt. Das kann ich jetzt sogar in meinem Beispiel ganz gut sagen. Mit Europa-Neverseilis 4 wurde mit dem letzten Patch der Zufallsfaktor wesentlich wichtiger, weil die Einheiten alle nur auch halb so stark sind. Der Zufallsfaktor ist derselbe geblieben. Und wenn man sich halt dann mal gerade in Europa-Neverseilis 4 wo man eh nicht viel Einflussmöglichkeiten auf die Schlachten hat und wenn man sich da die Mühe macht trotzdem Einfluss zu üben, was über Kleinigkeiten im Micromanagement sogar ein bisschen geht, wo man sich dann wirklich Mühe machen muss, dass das alles funktioniert. Dann hat man nacheinander drei schlechte Würfelwürfe und im Großen und Ganzen ist die Schlacht dadurch entschieden worden. Das kann natürlich unheimlich frustrierend sein. Ein schönes Beispiel ist da auch Civilization 4, ich glaube in 5 ist es viel besser geworden vom Zufallsfaktor her, da weiß ich jetzt auch nicht genau, wo ja diese Prozentwerte immer waren, wo man dann mit 99% immer noch verlieren konnte und dann hat auf einmal der gegnerische Sperrkämpfer den eigenen Panzer hat sie niedergemacht. Eine Stunde lang haben wir jetzt gesprochen über Micromanagement und Spielspaß. Wir haben die ganze Menge von unterschiedlichen Punkten angesprochen. Falls ihr Lust habt, noch ein bisschen nachzudiskutieren, könnt ihr das sehr gerne machen. Diese Gesprächsrunde hier wird ja veröffentlicht auf Soundcloud. Dort gibt es diese Podcast-Reihe, die Tom und ich und ein paar andere Kollegen, Kolleginnen gemeinsam in die Welt gesetzt haben. Vollbild heißt die Podcast-Reihe dort oder ihr habt vielleicht auch die Video-Variante auf meinem YouTube-Kanal euch angehört und angeschaut und in beiden Fällen gibt es die Möglichkeit, auch was drunter zu schreiben, mit zu kommentieren und vielleicht habt ihr Lust, mit uns gemeinsam auch im Nachklapp nach der Veröffentlichung dieser Gesprächsrunde diese Diskussion noch etwas fortzusetzen. Bei Soundcloud in dieser Gesprächsreihe Vollbild gibt es unterschiedliche Reihen, je nachdem, wer der der Host, wer der Gastgeber ist. Meine Reihe heißt Smalltalk und in dieser Reihe wird die nächste Gesprächsrunde stattfinden zum Thema Wie wirklichkeitsnah sind Militär-Shooter? Und da werde ich diskutieren mit einem Spieleentwickler eines großen Entwicklungsstudios, das einen Militär-Shooter herausgebracht hat, der auch viel gespielt, viel diskutiert worden ist. Diskutieren mit einem Spielejournalisten, der sich spezialisiert hat auf Ego-Shooter und mit einem Politikwissenschaftler, mit einem jungen Politikwissenschaftler, der sich mit dem Thema auch wissenschaftlich auseinandergesetzt hat. Und da geht es da beispielsweise um solche Fragen wie, warum werden eigentlich Waffen und Fahrzeuge, also technische Details, detailgetreu dargestellt im Spiel, aber warum werden Verletzungen, da sterben, Verwundungen so unrealistisch dargestellt? Wie ist es mit der Story dort? Wie bewusst nimmt der Spieler Spielgeschichte, Spielatmosphäre wahr und warum sind das die immer gleichen Mainstream-Geschichten, die einem da aufgetischt werden in den Shootern, in denen die Realität in der Welt aus Sicht der Mehrheitspolitik der USA dargestellt wird? Und am Schluss durch die Frage, sind vielleicht auch andere und wirklichkeitsnähere Kriegsspiele möglich? Darum geht es in der nächsten Gesprächsrunde, die ich anbieten werde auf Soundcloud. Euch dreien, vielen Dank fürs Mitmachen, Tom und Marvin und Egonson. Danke für die Einladung. Ja, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht und war auf jeden Fall nicht erschöpfend, wie man glaube ich so schön sagt. Heißt, müssen wir noch ein paar Stunden dranhängen und dann wäre es nicht fertig diskutiert. Ich fürchte auch, alle haben ein kleines bisschen der Luft geschnappt, als ich gerade verkündet habe, diese Stunde ist vorbei. Tschüss. Ciao. Ciao.